hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen video mit mir dem aquapainter aka uli und zwar mit der folge 45 schotter und selbstbau unkrautbäumchen oder bäume ja zuallererst dobbingen bekommt jetzt den schotter und zwar habe ich hier ein basalt schotter gewählt der ist jetzt noch grau und wenn ich ihn dann später verklebe dann wird er naja ich sag mal dunkel anthrazit schwarz kennen wahrscheinlich auch die meisten von euch das war ja meine wahl ich wollte also keinen braunen und auch keinen grauen schotter haben sondern passend zum thema natürlich alles schön dunkel und ja wie alles dreckig und versifftet wie auch immer jedenfalls wollte ich gerne einen schwarzen schotter hier haben und den habe ich mir damit hier ausgewählt und eigentlich mal wieder mein eigentlich wollte ich hier oben mit diesem kleinen schotter auftrag hilfswägelchen da kennt ihr alle ich habe gerade einen namen im kopf arbeiten ist hier oben aber ein bisschen schlecht zu machen da die signale hier stehen da die bahnsteiger da oben mit stehen und schotterhilfe schotterhilfe jetzt ist es wieder da und ja das geht halt hier oben nicht wirklich reinzusetzen da habe ich dann auch den bahnhof dann verklebt das sieht man hier oben an den pinnadel noch der ist dann auch gleich mit aufgebracht worden und dann wie gesagt hier auf der freien fläche rechts davor sind auch der masten jetzt schon angeklebt und das macht natürlich jetzt auch den übergang zu der mauer im hintergrund mit rein so dass das jetzt alles ein bild sozusagen ergibt irgendwo es hat mir ein bisschen gefehlt jetzt hier oben zu machen hier vorne muss ich natürlich aufhören weil hier sehen wir ja ist ja schluss da kommt ja dann die erweiterung dran dass dann die strecke also da kommen ungefähr noch zehn zentimeter angebaut so dass da noch ein bahnhaus vor plätzchen entstehen kann wo auch dann die faller oder das fallerkarsystem mit eingesetzt wird wo auch die lkw ist dann selbstständig lang fahren können aber das ist natürlich jetzt noch ein bisschen ja in diesem zeitpunkt ja zukunftsmusik wird aber definitiv kommen ich habe sie schon mal angesprochen ein meiner videos dass diese fallersysteme reinkommen da wäre ich dann auch ein lkw selber bauen noch dazu ein habe ich ja fertig gekauft und dann vielleicht auch noch andere fahrzeuge und wie auch immer das kommt dann halt alles noch mit hin ja ich habe sie jetzt hier oben geschrieben wieder zum schottern will ich gar nicht so viel erzählen das werden die meisten von euch selber wissen ich trage das mit dem löffelchen auf und dann außen in form bringe ich es mit einem weichen pinsel und zwischen den schwellen wäre ich dann habe ich dann mit einem mit einem sehr ja nicht rauen pinsel aber mit einem sehr wurstigen pinsel das ganze dann entsprechend so raus gebürstet so dass ich dann sozusagen auch wieder ein bisschen tiefer reinkomme weil ich habe es ja recht hoch aufgeschüttet und jetzt wird das ganze hier in dem fall noch mit meinem tiefgrund ganze wieso ich die erde in der letzten folge im hintergrund auch festgemacht habe mit tiefgrund festgemacht und später hatte ich dann auch noch mal probiert da komme ich aber auch noch mal separat darauf zurück mit weißleim gemisch fand ich nicht so schön wie den tiefgrund der zieht irgendwie besser an hat natürlich den nachteil dass man auf den schwellen so leichten weißen also kristalline ablagerung findet hier sieht man mich ja so ein bisschen in form gebracht habe und das mit der schotter hilfe kriegt man das vielleicht besser hin aber ich fand das gut wie das hier mit dem pinsel gemacht werden kann hat mir sehr gut gefallen jetzt hier in dem moment ich habe es bei der spur z ja früher mit so einem auch mit seiner schotter hilfe gemacht dann hatte ich noch ein gleis basen den könnte ich danach rüber ziehen da waren dann so die kleinen bürsten unten mit runter das hat sich sehr gut gemacht das habe ich hier für die ende noch nicht da mal gucken vielleicht baue ich mir selber muss ich mal sehen wie ich das mache ja hier sehen wir noch mal ganz kurzen überblick nach rechts weg da wo ich den schotter schon gelegt habe jetzt sind wir hier im bahnhofsbereich und jetzt sehen wir auch mal den überblick noch mal nach links wo die erbe neulich gelegt worden ist da habe ich jetzt noch nichts weiter gemacht da sind auch noch keine neuen bäume entstanden da hatte ich ja gesagt das ist ja nur der rohbau aber erst mal jetzt der schotter so dass ich dann auch in der mauer dann hinten mich ein bisschen tummeln kann dass da auch noch irgendwann mal was ankommt oder sowas aber das ist alles wie gesagt später hier sehen wir übrigens den bahnhof auch noch zwar schon ohne dach aber auch noch in der alten version das heißt hier fehlt ja noch der metallsteak oben drüber und auch die schnirkel die fehlen ja auch noch und ja das habe ich zwar im letzten video schon mal als vorschau gebracht die vorschau stammt nämlich eigentlich von diesem video da kommen wir nach ja aber noch mal drauf und das ende des videos irgendwo mit rein spielen naja auf jeden fall habe ich das ganze jetzt hier verteilt auch in dem bahnhof habe ich ein bisschen mehr an gemacht und dadurch dass das ja wieder nachher schwarz wird geht das eigentlich sehr schön ineinander über ich wollte ja an sich hier vorne an der bahnsteigkante noch so grün ran machen das kommt aber vielleicht auch noch weil der schotter bleibt auch nicht so wie er hier ist sondern ich wäre an bestimmten stellen da auch mit ein bisschen farbe nacharbeiten ob ich da jetzt mit braun noch mal was drüber mache oder da wo die locks stehen so extra schwarzen streifen drüber ziehe so wie öl was runtergelaufen ist das kommt aber dann später da kommen wir noch mal drauf da werde ich wohl immer mal noch mal ein bisschen was dazu bringen so dass das ganze irgendwo dann naja es wird ja immer weitergehen ich habe ja erst mal nur das kleine bisschen hier oben gemacht sozusagen ja was ist dann natürlich auch zum teil zwei jetzt bringt ich hatte geschrieben selbstbau und krautbäume da bin ich also bei einer fahrradtour wir machen sehr viele fahrradtour mit einer fahrradtour losgegangen habe meine frau zum wahnsinn getrieben weil ich ständig stehen geblieben bin habe hier irgendwelche kleinen teile gepflückt wo ich dachte das könnte ganz gut aussehen hatte ich in der form bis jetzt noch nicht gemacht oben haben wir gerade mal so ein kleines vorschaubildschirm auf das nächste video gesehen kleiner spoiler sozusagen und wie gesagt das hatte ich noch nicht in der form gemacht ich habe jetzt immer noch mit kaufbäumchen gearbeitet aber ich wollte mal ein bisschen abwechslung reinbringen deswegen habe ich mir das ganze gesucht und habe mittlerweile auch mein repertoire an diesen ganzen pflanzen wesentlich erweitert mehr als wir hier sehen und hatte mir da so ein bisschen gedanken gemacht wie kann man das machen wie kann man das ein bisschen irgendwo reinbringen da oben hat der nächste spoiler wie kann man das ganze ja ein bisschen in form bringen es soll ja nun nicht wie unkraut wirken was da drauf ist und hier sehen wir es mal ganz schön ich habe ein paar zurecht mir geschnipselt die dann aber wie pappeln aussehen können oder wie ja wie kleine büsche die habe ich tatsächlich hier unten links das sieht so ein bisschen aus wie auf einem fremden planeten das zeug aber das sieht recht nett aus ich habe das nämlich zum schluss dann auch noch mit mit so streusel haben hier aber das komme ich im nächsten video mal noch drauf da kommt noch ein bisschen mehr dazu und ja nun habe ich das ganze hier mit oliv grüner farbe die hier verdünnt habe also diesmal habe ich jetzt nicht wie bei den anderen bäumchen aus dem letzten video habe ich jetzt nicht so dreckig was zusammen gerührt sondern habe ich mich jetzt hier von herein oliv grüne farbe ich habe es ja vor eben ins bild gehalten oliv grüne farbe reingemacht und habe dann sozusagen die ganzen sträucher da reingetunkt um das dann entsprechend einer einem grund grünen farbe zu geben es soll ja auch für den hintergrundbereich nachher sein da kommen wir wie gesagt noch zu und ja habe mir jetzt sozusagen das nächste video damit vorbereitet mit diesen kleinen sträuchern und da würde ich mich natürlich freuen wenn du da ist wieder ein spoilerchen wenn du im nächsten teil wieder dabei bist dann sage ich mach schön gut bis dahin erst mal dein aquapenta aka oliv tschüss so so Untertitelung des ZDF, 2020